Ich bin als Kind sehr gut gefahren, aber klar, wir Österreicher. Wir können alle früher Ski fahren als gehen. Und gehen bleibt ein Leben lang eher so eine Notlösung, falls mal kein Schnee liegt. Ich weiß noch genau, ich hatte meinen ersten Skikurs mit zwei und den letzten dann mit zwölf. Aber der, der diente nur der Aufklärung. Das macht bei uns nicht die Schule, sondern der Skilehrer. Nein, 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 das ist ein blödes Klischee, oder? Die notgeilen Skilehrer. Das stimmt natürlich nicht. Das sind keine echten Lehrer. Das sind Sexualstraftäter, die man in die Berge verbannt hat.